Chaotau, eine zentrale Figur in der späten östlichen Han-Dynastie Chinas, bekannt nicht nur als Militardiktator, sondern auch als brillanter Stratege, dessen Aktionen die Ära der Drei Reiche formten. Seine Militärtaktiken und Strategien waren entscheidend für seine Herrschaft und seine zahlreichen Konfrontationen, vor allem gegen andere Kriegsherren. Chaotau's militärische Fähigkeiten wurden erstmals bei der erfolgreichen Unterdrückung der Gelben Turbanerebellion im späten 2. Jahrhundert nach deutlich. Diese Rebellion, gekennzeichnet durch weit verbreitete Unruhen, stellte eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität der Han-Dynastie dar. Chaotau's entschlossenes Handeln bei der Unterdrückung dieser Rebellion zeigte ihn als fähigen militärischen Führer. Ein bemerkenswertes Beispiel für sein strategisches Geschick war die Schlacht von Guandu im Jahr 200. Christus, wo er den zahlenmäßig überlegenen Kräften von Yuan Shao gegenüberstand. Obwohl zahlenmäßig unterlegen, zeigte Chaotau bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit. Er wandte Finden- und Ablenkungsmanöver an. Zum Beispiel ließ er Yuan Shao glauben, er würde über den Fluss angreifen, wodurch ein General von Yuan ohne Unterstützung und verletzlich blieb. Chaotau war auch in der psychologischen Kriegsführung geschickt. In der Schlacht von Guandu, nachdem er Yuan Shaos Truppen bei Wu Chao besiegt hatte, benutzte er eine grausame Taktik, indem er die abgetrennten Nasen und Lippen der Toten, gemischt mit denen von Ochsen und Pferden, zur Schau stellte, um Yuan Shaos Männer einzuschüchtern, was zu einem deutlich Sinken ihrer Moral führte. Laut Historiker Karl Liban war eine der größten Stärken Chaotaus, sein Verständnis für das Zusammenwirken von Topografie, Logistik und Taktik. Diese Erkenntnis war entscheidend bei der Schlacht von Guandu, wo er den Ort aufgrund seiner strategischen Vorteile wählte, insbesondere beim Strecken der Versorgungslinien des Feindes, um so einen entscheidenden Sieg zu sichern. Obwohl Cao Taos Ehrgeiz, China unter seiner Herrschaft zu vereinen, letztendlich scheiterte, führten seine militärischen Feldzüge zur Gründung des Staates Wai, einer bedeutenden Macht in der Zeit der Drei Reiche. Cao Taos militärische Strategien veranschaulichen die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit, psychologische Kriegsführung und strategische Planung im Krieg, machen ihn zu einer studierten und angesehenen Figur in der Militärgeschichte. Präsentiert von Happypedia